So, das zweite biomechanische Prinzip ist das Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges. Das sagt aus, dass man für bestimmte Bewegungen keinen maximalen oder minimalen Beschleunigungsweg haben sollte, sondern einen optimalen. Das lässt sich gut am Beispiel Sprung erklären, wie ich das schon in den letzten zwei Videos gemacht habe. Beim Sprung kann man nämlich sagen, dass es nicht am besten wirksam ist, wenn man so tief wie möglich in die Hocke geht und auch nicht immer nur so ein kleines bisschen in die Hocke geht, sondern man muss genau im richtigen Maß in die Hocke gehen, um wirklich das allerbeste aus seinem Sprung rauszuholen und auch die bestmögliche Höhe rauszuholen. Das heißt, man braucht einen optimalen Beschleunigungsweg und keinen maximalen. Das wäre es schon, wenn es Fragen gibt in den Kommentaren.